Köln, in der XXL-Herbst-Ausgabe von Bares für Rares begrüßte Horst Lichter, 61, seine Gäste am Mittwoch, 15. November, auf Schloss Drachenburg. Ein Schmuckstück ragte dabei besonders heraus und sorgte für Schnappatmung. Der sagenumwobene Drehort hoch über dem Rhein bei Bonn ist der ideale Schauplatz für den Verkauf kostbarer Schätze und Schmuckstücke. Ein solches haben auch Verkäuferin Tracy und ihre Tochter Allison mit in die Sendung gebracht. Das Mutter-Tochter-Gespann präsentiert einen Anhänger, dessen Bedeutung sich dem Moderator zunächst wohl nicht erschloss. Ich würde sagen, eine sehr kleine Melone an einem Goldkettchen, witzelte Lichter noch zu Beginn. Seine Expertin Wendela Hortz, 53, wusste dagegen sofort Bescheid, welche Kostbarkeit davor ihr auf dem Tisch lag. Das hier ist ein Original von Fabergé. Das Ei ist eine Miniaturausgabe der Juwelierkunst aus dem zaristischen Russland. Als Fabergé-Eier werden Schmuckstücke in Form von Ostereiern bezeichnet, die zwischen 1885 und 1917 in der Werkstatt von Peter Karl Fabergé in St. Petersburg gefertigt wurden. Sie sind unterem auch Thema im James-Bond-Klassiker Octopussy. Plötzlich war auch Lichter begeistert. Fürsorglich versuchte er, die Anwesenden und sich selbst vor einer durch Begeisterung ausgelösten Atemnot zu bewahren. Weiter atmen, ganz ruhig, nicht, dass mir einer umfällt, mahnte der Schnauzbatträger. Händlerin Elisabeth Lisa Nütling bietet weit über den ausgelobten Schätzpreis. Die Expertin legte anschließend noch weitere Details offen. So sei das Miniatur-Ei tatsächlich mit einem Diamanten und einem Spinal, einem Edelstein aus Tatschikistan, besetzt. Für das Gesamtkunstwerk, welches Verkäuferin Tracy einst in einer Schatulle ihrer verstorbenen Schwiegermutter fand, legte die Expertin einen Schätzpreis von 3500 Euro fest. Und das, obwohl der reine Materialwert des Objekts lediglich bei rund 100 Euro liegt. Doch was sagen die Händler? Dass wir sowas nochmal hier sehen, hätten wir nicht gedacht, drückte Fabian Kahl, 32, seine Bewunderung aus und sprach damit für alle potenziellen Käufer. Schnell entbrannte ein Bieterkrieg um den von Lichter zu Beginn noch zur Melone degradierten Anhänger. Elisabeth Lisa Nütling, 43, erhielt letztlich den Zuschlag für das Fabergé-Ei und legte mit satten 4900 Euro sogar wesentlich mehr als den Schätzpreis auf den Tisch. Tracy gefiel die Summe sehr, weil sie sich leicht auf die sieben Enkel der Schwiegermutter verteilen lässt. Bares für Rares läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek. Bares für Rares läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek. Bares für Rares läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek. Bares für Rares läuft immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.